Unruhe bei den Fans des BVB und Unruhe bei Borussia Dortmund. Und das nicht ohne Grund, denn Borussia Dortmund hat wieder eine Woche hingelegt, die die Fans am besten so schnell wie möglich vergessen wollen würden. Denn der BVB hat wieder Leistungen gezeigt, mit welchen Kritiker, Fans und mit aller Wahrscheinlichkeit auch die Akteure beim BVB. Denn was der BVB in dieser Woche geliefert hat, erst in der Champions League und danach gegen Mainz 05 auswärts, ist alles andere, als was sich der Fan von Borussia Dortmund verspricht oder man allgemein von Borussia Dortmund erwarten wollen würde, weil Borussia Dortmund ist eigentlich in einem ganz anderen Feld angesiedelt. Sei es von dem Etat, sei es von den Talenten, sei es einfach von der Infrastruktur und einfach von den Erwartungen. Und da rede ich noch nicht mal nur von den Erwartungen der Fans, sondern von allen. Denn der Verein hat das größte Budget neben dem FC Bayern München und ist jahrelang dabei, Erfolge einzusammeln. Auch wenn sie es nicht geschafft haben, zum Beispiel die Meisterschaft zu gewinnen. Auch wenn sie es nicht geschafft haben, im Finale der Champions League zu gewinnen. Sie sind bis dahin gekommen und oftmals waren sie auch im Pokalfinale, wurden Vizemeister und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und die Umsätze, wenn man sich sie anschaut, sie steigen, sie bleiben stabil. Borussia Dortmund hat nichts, auch gar nichts damit zu tun, wie andere Vereine, dass sie halt in einer Schuldenblase gefangen sind, so wie sie es vor 15 Jahren einmal waren. Nein, Borussia Dortmund ist gefestigt im deutschen Markt. Borussia Dortmund ist ein gemachter Verein in Deutschland. Der zweitgrößte neben dem FC Bayern München. Jedoch benimmt sich Borussia Dortmund derzeit nicht so. Dafür gibt es viele Gründe. Einer der größten Gründe ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der kleine Kader. Denn wir haben jetzt im Spiel gesehen gegen Mainz, Emre Can ist natürlich vom Platz geflogen und aufgrund dessen war die Mannschaft dezimiert. Sie hatten einen Spieler weniger, sie hatten ihren Kapitän weniger und sind somit ins offene Messer gelaufen. Aber selbst dann ist dieser Auftritt noch nicht gerechtfertigt. Denn das, was sie gezeigt haben, war wieder zu wenig. Wieder zu wenig. Denn das ist nicht das erste Mal in dieser Saison. Und hierfür gibt es natürlich jetzt einige Sündenbocke, welche die Kritiker festgemacht haben, welche manche Fans festgemacht haben. Darunter zählen Schahin, darunter zählen Kehl, darunter zählen einige Akteure im BVB-Kader oder im Allgemeinen die fehlenden Spieler. Wer es jetzt auch immer sein mag, ist es halt eine Sache im Kollektiv. Und man kann sehr viele verschiedene Anhaltspunkte wirklich argumentativ hervorbringen und sagen, das ist der Unruheherz. Aber ich denke, derzeit ist es so, dass vieles ineinander hineinspielt. Es sind Spieler, welche Fehler machen und sich nicht richtig engagieren. Es ist der Trainer, welcher schon den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Und wo man sich die Frage auch stellt, ist es vielleicht jetzt gerade der richtige Ansatz, den du machen möchtest, Nuri? Ist es das, was wirklich Borussia Dortmund jetzt weiterhilft? Ist es vielleicht Sebastian Kehl, der zu blauaugig in das Ganze hineingegangen ist und mit diesem kleinen Kader, mit voller Selbstbewusstsein in die Saison gestartet ist, ohne halt noch neue Spieler zu verpflichten? Oder sagen wir mal einfach, andere einfach abzugeben. Sei dies ein Alea, sei dies ein Moukoko. Man kann natürlich darüber argumentieren, ob der eine oder andere Borussia Dortmund geholfen hat oder nicht. Ich bin zum Beispiel ein Verfechter dafür, dass ich sage, Moukoko, auch wenn es gerade in Nizza jetzt gerade noch nicht perfekt läuft, und ich denke, dass der Junge durchstarten wird. Und bei Borussia Dortmund hat er in seinen Minuten, wo er gespielt hat, eigentlich Leistung gezeigt. Natürlich nicht in jedem Spiel. Ein-, zweimal wurde er auch von vorne herein gebracht und hat es dann nicht gebracht. Aber er wird öfter auch eingewechselt und hat wichtige Tore geschossen. Das darf man auch nicht vergessen. Und Alea, man weiß, was für ein guter Stürmer er ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er jetzt gerade performt, aber er war auch immer für ein Tor gut mit seiner Präsenz. Wie oft wurde er gelobt in seiner ersten Saison, wie er die Bälle festmacht, wie er die Bälle weitergibt, wie er einfach eine Präsenz im Spiel ist. Und so welche Spieler gibst du einfach für fast nichts ab. Es ist ja nicht so, dass der Kader total überfüllt ist. Weil wenn er total überfüllt wäre, dann kann man es ja irgendwie einigermaßen nachvollziehen. Aber das ist bei Borussia Dortmund nicht der Fall. Man schaut jetzt geil, man guckt im Stadion und man sieht Spieler, welche Namen man nicht kennt, wenn man sich großartig nicht damit befasst. Ich kenne diese Namen natürlich, weil ich mich damit aufgrund meiner Journalistik damit natürlich auseinandersetze, mit der Jugend vom BVB, mit dem Nachwuchs, mit der U23 etc. Aber wenn ich zum Beispiel mit meinem Opa die ganzen Spiele schaue, der fragt mich, wer ist das? Ich habe seinen Namen noch nie gehört. Natürlich muss ich das Ganze dann erstmal einordnen und ihn erzählen. Okay, das ist ein Jugendspieler, natürlich kannst du ihn noch nicht kennen etc. Aber um alles ganz mal kurz zusammenzufassen, weil die Statistiken brauchen wir uns heute jetzt nicht großartig angucken, weil es hat einen Spieler gefehlt, natürlich ist Dortmund weniger gelaufen. Natürlich hat Borussia Dortmund heute, beziehungsweise in dem Spiel gegen Mainz, nichts Großartiges gezeigt. Wir brauchen auch keinen Spieler des Tages wählen, weil es gab einfach keinen Spieler des Tages. Das Einzige, was wir jetzt machen, wir lassen das mal Julian Brandt erklären. Die Fixpunkte waren die rote Karte, waren die zwei Tore, wo wir nicht konsequent, wo wir individuell einfach dann die Tore schlecht verteidigen. Ich glaube, dass wir an einem guten Checkpoint eigentlich waren mit dem 1-1, dass wir den, oder es war ganz klar unser Ziel, in den letzten fünf Minuten damit in die Halbzeit zu gehen, sich neu zu sortieren, alles nochmal, weil dann hat man Zeit. Und ja, quasi mit dem Abpfiff oder Sekunden vorm Abpfiff dann das 2-1 zu kassieren, macht es dann natürlich nicht leichter, rennt es wieder im Rückstand her und das ist jetzt grob die Fixpunkte des Spiels, die uns am Ende wehtun. Jetzt gibt es erstmal die Länderspielpause und danach spielt Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Danach geht es in die Champions League gegen Dynamo Zagreb. Da werden wir in einer neuen Folge, beziehungsweise werde ich euch in einer neuen Folge dann darüber noch weiter informieren. Jetzt gehen wir mal wieder auf das eigentliche Thema. Wie gesagt, jetzt ist Länderspielpause. Nuri Schaing kann sich Gedanken machen, Sebastian Kehl kann sich Gedanken machen, Sven Mislintat kann sich Gedanken machen, Lars Ricken kann sich Gedanken machen und sie müssen sich Gedanken machen. Weil wenn es so weitergeht und wenn Borussia Dortmund weiter diesen Fußball zeigt, dann kann es sehr, sehr weit nach unten gehen. Und das wollen wir natürlich nicht. Das Problem ist ja auch bei dem Ganzen, das hatte ich auch schon in den vorherigen Folgen erklärt, ich denke, dass Schaing nicht der falsche Trainer ist. Vielleicht hat er gerade den falschen Ansatz, will ich auch noch nicht mal sagen, sondern es ist halt so eine Zusammenmischung von allem. Nuri Schaing macht natürlich auch Fehler, der Kader ist zu klein, vielleicht können gewisse Spieler nicht das umsetzen, was Schaing möchte, dann hast du noch ein, zwei Akteure, welche immer ihren Senf dazugeben, statt einfach Leistung auf den Platz zu bringen. Ich will jetzt keinen Namen nennen natürlich, aber wenn man, sag ich mal, chronologisch sich das anschaut, die vorherigen Medienberichte, wer sich geäußert hat zu Lappalien, kann man sich natürlich schon vorstellen, welche Akteure die sein können. Denn das bringt alles Unruhe in die Mannschaft. Und wenn es selber Spieler wären, wo ich sagen würde, okay, sie können sich das rausnehmen, sie zeigen dann die Leistung auf dem Platz und können sich halt auch öffentlich beschweren, dann wäre das eigentlich kein Thema. Das ist aber bei diesen Akteuren nicht der Fall und das ist auch bei sehr, sehr wenigen Spielern bei Borussia Dortmund der Fall. Es ist Unruhe in Dortmund und das ist auch gut, gerade so. Denn diese Unruhe muss Borussia Dortmund, wie gesagt, dazu nutzen zu reflektieren. Sie müssen reflektieren und jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, damit sie gegen Freiburg gewinnen, gegen Zagreb gewinnen und weiter etwas aufbauen und am besten im Winter nachlegen. Sie brauchen einen Außenverteidiger, sie brauchen einen Sechser, vielleicht brauchen sie einen Zehner, vielleicht noch einen Stürmer. Es muss viel gemacht werden bei Borussia Dortmund und es muss sich angestrengt werden von den Spielern, von den Funktionären, vom Trainer, von allen. Ich denke, es ist keine Lösung, jetzt gerade nur einen Buhmann zu sehen, nur Schahin rausrufe zu rufen oder nur Kehl die Schuld zu geben oder nur den Spielern die Schuld zu geben. Es ist ein Gesamtbild, was nicht läuft. Zumindest ist das derzeit meine Meinung. Wie sieht deine Meinung aus? Schreib es mir mal gerne in die Kommentare und abonniere gerne den Kanal, egal wo du bist, bei Spotify, YouTube etc. Bleib gerne dabei, damit du keine Folge mehr verpasst und danke für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder in der nächsten...